Moin Leute, was geht? Ey, wechseln ich schon wieder Back am Start. Wir fangen jetzt eine neue Serie an in FIFA. Mit dem lieben Till. Hi. Und Unger. Moin 10. Boah, der ist schon die erste Chance. Wir machen eine Pro-Club-Serie. Und ja, von Liga 10, Road to Liga 1, sagen wir mal. Upsets. Geht ja schon mal gut los hier, Junge. Oh nein. Wie sieht der denn aus? Entschuldigung. Ah, meine Ahnung. Scheiße. So ein Lauchschuss. Von Joachim. Boah, der Bot macht's. Der Bot macht's. Depp, Depp, Depp. Nee. Da muss schon in den Tower reingeflogen werden. Zwei. Reicht zu lieben, ne? Liebe Fans. Okay, der Flo, komm. Nach 5 Minuten. Wir zeigen denen jetzt mal, wie man FIFA spielt. Meine Ecke, ne? Wer ist jetzt hier? Oh, oh. Da hat uns einer Spitznase gef... Äh, wer spielt die Ball, ne? Exterminator. Grüß dich genauso, Master Scott King. Digga, wohin der Ball, Alter? Ist hier. Boah. Komm, love. Check. So, super. Äh, pff. In den Köger. Till, Druck machen da. Selbst hilf. Abgefälschte Ecke, Ecke, Ecke. Unger? Äh, Ecken können sie ja bekanntlich. Ach, sauber. Säuber. Eigentlich wollte ich einen kurz, damit ich schon nach dem ersten Faust zu spielen will. Nein. Ich glaube, ihr ist gleich Shepherds. Ne, der geht nicht rein. Wir haben ja einen Keeper. Mach seinen Abschluss, Alter. Statt einfach Flasche auszumachen, ey. Ah, Digga. Ich wollte mal die... Ja, sauber. Jetzt tue ich. Mach ihn. Sauber. War aber... War aber... Sehr viel Glück dabei, Alter. Wir schratten einen Flogen, Schmerz. Kannst nix drücken. Ich drück. Ja, ich hab ihn abgeschossen. Ich weiß nicht, egal. Erster Fausten. Heftig. Ne, aber auch. Die flachen Drecksdinge. Die kommen eh nicht an. Weißt du, Junge. Mach einfach... Flank einfach rein das Ding. Doofen Schmerz. Ey, Ficken. Was ist das denn? So komisch. Oh, fuck. Oh, yo. Scheiße. Shit, Digga. Alter. Was ne Katze. Was ne Katze. Was ne Katze. Junge, ich glaube, das sind einfach diese... Wisst ihr, so, wenn man am Anfang so anfängt mit Proclubs, wenn man noch diese richtigen Scheißwerte hat. Ich glaube, das ist bei denen so das Problem, Digga. Oh, fuck. Oh, ich hab ein Speedlag. Ich hab ein Speedlag. Shit. Auf den kann ich auch noch warten. Na, komm. Digga. Ich hoffe, die sind immer... Die haben richtige Minuswerte, Alter. Tratsuntyf war nicht unterschätzen. Na, nochmal, nochmal. Er ist Santana, Digga. Er wird arrogant. Der Bot. Geh auf Flanke. Komm. Nein, der Bot. Oh. Bernd. Okay, warte. Warte. Das war richtig überrennen oben. Die wechselseite, die wechselseite. Bin dabei. Das wär scheiße, ich hab Flissung. Das geht. Dann, äh. Ich dachte, der geht jetzt auf einer Seite. Ja, ich wollte drüber, bei der hat so ein Pisser blockiert. Wie spiel'n du mal? Unger. Puh. Ja, was? Hehehe. Rentet immer dazwischen. Egal, ist gut. Nein. Digga, guck mal dieser Puyol, Digga, 24. Wie ich es hasse. 3, bin ich zu, ne? Ey, Junge. Oh, du hast den Ballernahme. Warte mal, warte, warte. Te, uh, Swete. Oh Gott, aus. Ey. Was macht das? ja ich dachte jetzt okay jetzt nach innen schießt er passt doch mal die gar nicht gericht ja hier hier ja auch ein schöner pass jawohl aber ich will das direkt ins spiel ist immer uns nicht so leute da sind war wieder zweites spiel ersten gegner mal zum quitten gebracht auf easy basis versteht sich stark stark kommen jawohl das gibt es nicht hallo junge und ganz einfach dieses gegnerische trikot sie können sich schon wieder kotzen das ist ja ich krieg gleich in ihr vor allem in diesen kleinen stadien digga da hinten einfach wie das animiert ist einfach zu hässlich digga die ganze zeit diese farben so das geht es geht na ja alles gut okay digga kannst du das am besten mal auf gar keinen bock hat alter ich glaube da noch ein bisschen druck 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 zu zu du wirst schon jetzt wie es dann ist junge was gibt es ja die gegner flanken rein wenn man will nur dazwischen grätschen digga und da gibt's das rot ne die meinser und die schon mit selten nach ficken ne ne recht zum armen ne 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 mit ihm bekommen der bross für einmal nicht angestellt und probiere jedes Jahr was soll es aus da ist genug Platz für ihn okay ich bin ein bisschen auf offensiv ich mal ein bisschen höher in die Mitte nichts klappt dir lieber ich denke ich die Ecken weg ein Elfmeter Tor das war eine Glückssache mach ihn sauber nehm den Ball er rennt weg das mach ich genau ey da ne 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 was gesagt macht das ja ist gut ist gut die ein 30er gut sie ist nicht ganz wie heiko aus aber er spielt halt wie heiko nicht einfach überragend im sturm die heiko nicht schlechter was bei uns haben welche man schon auf die sieben siebzehn und sowas bringt eine flanke besser man der erste kragen gewollt gekonnt und kommen ja hier ja und falls ihr für bessere und zuschläge habt schreibt es richtig also erster verbesserungsvorschlag von mir aus dem fein sage ich doch raus mit dem ich habe hier noch weggestrikt weil du ja singst da kommt kopf nicht nur nein nein ich mache kalt joko Guck mal, Gelage im Tor. Gelagen. Ausfiefer 17 mit den langen Haaren. Steck, steck. Stepp. Fangen wir auf und siehst schon, glaube ich, oder? Ja, ist schon. Bakayoko ist rot. Ja, wir haben ein Tor. Es geht nicht schlecht. Wir müssen immer das Auge haben. Es geht nicht. Papa. Heiko! Ab in die Mitte! Ab in die Mitte! Besser, Mann! Heiko! Da ist das Ding. Ne. Unger. Wow. Au. Hm. Au. Ich hasse dich nicht, wo wir. Von mir. Aber wie er heißt, Junge. Drecks selbst schon. Uchi, 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 Uchi. Mach ihn. Wo ist er? Ah, da ist er Tower. Egal, Jungs, wenn das Spiel gedreht, Digga. Wenn das Spiel gedreht, richtig wichtig. Bombe. Nein! Ey! Ich hab aus für den Kreis gedrückt. Ey! Ja! Der wär ja fast reingegangen, Digga. Ich hab die Flasche wenigstens getroffen. Kriegst du, kriegst du, kriegst du. Bring einfach. Bring das Ding. Bring die Möhre. Bring, bring, bring. Unger? Oder nicht? Jetzt aber. Oh. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Äh. Oh nein. Äh. Hallo, friss ab. Ich bin auch der. Nein! Ich bin auch der. Ich bin auch der. Stich! Gretchen Schuss. Oh, Katze. Krake, Junge. Klage. Panzer. Panzer. Panzerklage. Nein! Nein! Gib mir den Ball. Komm. Schnell. Oh, okay. Ficken. Schneller Konter. Ey, Mann, Digga. Wie kann man so ein Glück haben, Digga? Ah, miese Brise, Digga. Ich kann nicht mehr. Na ja, Jungs. Wir sind beim nächsten Mal. Haut auf jeden Fall rein. Sagt allemal ciao. Bis, Digga. Bis. Irgendwann. Schnell rein.